Wie hart ist es gelaufen? Ich habe brutal gelaufen. Es war ein recht kurzes Rennen. Von Anfang an sind es Vollgas gefahren. Es war hart. Aber es hat gelangt. Wie glücklich bist du jetzt? Es ist natürlich sehr cool, wenn man die Gesamtzeit verteidigen kann. Ein cooles Saisonabschluss, wenn sie einseit können. Wo würdest du das einordnen in dein Palmares? Wie wichtig ist das zweite Mal? Wie wichtig ist das? Es war immer ein Saisonziel, die EKZ zu verteidigen. Daher kommt sicher ein hoher Stellenwert über den Palmares. Das ist eigentlich ein wichtiger Sieg. Die fordern Kathrin Leumann und Sarah Cobas. Wirklich sehr harte Gegnerinnen. Ich wusste von Anfang an, dass sie ziemlich sicher kein Brot haben. Nicole Hanselmann ist auch sehr stark. Ich konnte das erst einmal schlagen. So bin ich auf den vierten Platz gefahren. Ich habe versucht, möglichst lange dran zu bleiben. Aber es war wirklich brutal hart. Die Gesamtwertung, die gegen mich gefahren sind, die zweiten und dritten sind hinter mir. Von daher hatte ich eigentlich keine Angst mehr. Heute?